Willst auch du 2024 so richtig durchstarten, dann bist du hier völlig falsch. Wenn ich schon in den ganzen sozialen Medien lese, wie du mit Tradern von Aktien etc. hier Millionen scheffelst, indem du x Euro einsetzt, wie du auf einmal Romanautor in einem 5-Tage-Kurs wirst und wie du, ich weiß nicht, was alles aus deinem Leben machen kannst, wie reich du auf einmal wirst, vergiss es, Bullshit. Aber hör doch mal rein in dich. Was willst du? Was könnte dich glücklich machen? Was könnte dich zufrieden machen? Renn nicht anderen hinterher und höre nicht auf diese scheinheilige Scheiße, was man dir verspricht und das für nur x Euro im Monat. Schau einfach mal, was dich begeistert, was dich am Leben hält, wo du Motivation findest und geh dieser Berufung nach. Aber um Gottes Willen, mach nicht so einen Kurs mit und frage mich nicht. Ich habe davon auch keine Ahnung. Frohes neues Jahr!